Musik Bist du schon an? Ich weiß nicht, weil die Daten sind. Kuckuck! Stopp! Und viel Spaß bei Wörse. Guck mal, ist das okay. Hallo, wir sind heute bei der Westendorfer Schule St. Peter. Hier lernen wir in der ersten Klasse. Hier lernen wir Bist du schon an die Bank? Ein Mal von vorne. Das geht voll scheiße. Der erste Begriff ist Bankkaufmann. Was ist das eigentlich? Bankkaufmann. Das ist ein Mann, der Bank kauft. Arda fällt eigentlich fast nichts ein. Arda hat das schon richtig gut gemacht. Ja, okay, aber... Ich hab keine Ahnung, was man mit der Bank macht. Ja, okay, man kann Geld rausziehen, aber und so Privatpasswort rein tun, aber sonst eingeben, aber sonst weiß ich nichts. Ich dachte, da kann man Geld rausziehen. Ja, kann man doch. aus Geldautomaten. Oh, oh. Da haben die doch dann die Vorräte. Äh, gab's eigentlich nicht aber schon. In der Bibel. Hast du schon mal Bibel gelesen? Ich hab, wenn dann was vorgelesen bekommen. Kinderkonto. Ja, was los? Ähm, dort hat ein Kind zum Beispiel ein iPad und dort geht man zum App Store und dann ladet man dort so Spiele ein oder so. Ich weiß, den Urbano mit Kinderkonto. Wie viel Tierverträgt noch ein Selbstfest? Ein Glas. Mein Papa trinkt immer zwanzig. Nein. Das geht nicht. Doch. Das war es genau. Doch, das stirbt nicht. Ich wünsche uns allen einfach eine wunderbare Wiesn. Sauf nicht zu viel. Sonst reiht es wieder. Scheiße. Scheiße. Ich wünsche uns einfach allen jetzt schon mal eine schöne Wiesn. Bleibs gesund. Scheiße. Was mache ich? Ich vermisse das. Mein Gott. Ich kann nicht mehr merken. Leider auf den Begriff gekommen. Hat es euch Spaß gemacht und schon. Ich fand, das war eine verdammt gute Moderation. Geiler Schiff. Wie im Fernsehgarten. Ungedau. I love you. Was hast du vergessen?